. 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 Wir sagen immer, läuft auf einen Weg, wo weise Urgroßvater schon gelaufen sind. Heute war es ein Gebäude, eine ganze erste Arbeit. Heute ist es ein Freizeit, aber trotzdem viel Idealismus erlebt. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020